Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Far Cry 3. Wie ihr hört, habe ich nun endlich ein neues Mikrofon. Ja, wunderbar haben diese Banditen mir gleich doch die Einführung versaut, aber was erwartet man schon von Far Cry? Hier ist immer irgendetwas los, aber ja, was ich eben sagen wollte, neues Mikrofon und ja, Festplatte noch nicht, aber kommt bei Gelegenheit, denke ich. Und ja, ist noch ein wenig ungewöhnlich, so mit Pop-Schutz und halt eben davon Gesichtsspiegel, sehe kaum meine Hände, also Tastatur und so. Ja, also, wir machen doch gleich hier weiter. Dann müssen wir diesen Abfang, ähm, diesen Konvoi abfangen. Ich muss schauen, dass ich nicht zu weit weg vom Mikrofon gehe. Okay, ähm, das könnten wir natürlich mit dem Jeep machen, aber ich habe natürlich gesehen, dass hier oben doch etwas hat. Okay, soll ich jetzt einfach mal so einen Grundflugwagen zum Schauen, wie es ist. Ich wechsle noch kurz auf diese Waffe, noch Kiste plündern. Nachladen. Habe doch jetzt schon sehr lange kein Far Cry mehr gespielt. So. Okay. Okay, hier haben wir ein paar. Da unten. Muss ich jetzt hier einfach so reinrushen, oder? Das weiss ich gar nicht. Wie soll ich das jetzt machen? Soll ich hier oben irgendwo landen? Vielleicht hier rechts so? Da bei diesem Haus? Ja, komm. Ah, hier kann man sehr schön landen. Hat sich jetzt zwar nicht ganz so gelohnt, mit dem Brachengleiter oder was auch immer hier hinzufliegen, aber egal. Wow. Cool. Ich wusste gar nicht, dass man durch Bäume hindurchfliegen kann. Okay, ähm, nein. Jetzt bin ich zu spät. Sollte noch ein wenig runter. So, und dann wieder hoch, drehen, ein wenig runter. Oh, ist das eine Angelegenheit. So, und jetzt hoch, hoch, hoch. Sehr schön. Was? Egal. Was heilt sich wieder? Und jetzt? Natürlich nicht weiter gedacht. Ah, doch. Per Zufall habe ich weiter gedacht. Okay. Zu spät. Der Konvoi hält bei der Shrimp Farm. Dort verladen sie Oliver in einen Heli. Ich brauche einen Aussichtspunkt, bevor dieser Austausch stattfindet. Oh, oh. Ja, super. War das jetzt darum, weil wir zu langsam waren, oder? War das so geplant? Ich weiss nicht. Das war so gut. Oh, oh. Ich glaube, wir waren zu langsam. Verdammt. Oh, oh. So. Hier durch. Und jetzt? Oh. Hallo. Hallo, Boim. Oh, ich hätte uns geschützt. Ah, ja. Ich kenne die Mission. Aber ich habe schon. Sprengstoff. Der kommt von hier oben. Lieber warten, bis ich ihn sehe. Wow. Schaut hier gar nicht nicht zurück. Okay. Der wird jetzt garantiert hier rauskommen. Oh, oh. Der kommt auch. Schnell markieren. Noch einer. Ach, wow. Da ist er. Das wollte ich sagen. Und jetzt muss ich hier wieder raus. Hey. Ich komme hier nicht mehr raus. Hallo. Oder ist das geplant? Lasst ihn in Frieden, ihr Arschlöcher. Ja, komm schon. Lass mich doch schiessen. Ah. Ja, jetzt muss ich mit dem. Die dürfen Olli nicht in den Heli bringen. Lauf Olli, na los. Ich hätte lieber meine. Boom. Okay, hat nichts genützt, aber. Boom. Und. Boom. Nein. Daneben. Aber. Boom. Komm schon. Da. Verdammt. Ich hätte gerne meine Waffe. Mit meiner fühle ich mich viel wohler. So, dann. Nein. Oh, ich bin ein schlechter. Warum kann ich nicht meine verdammte Waffe nehmen, hä? So. Ich kann mit dieser Waffe einfach nicht umgehen. Oder ist er am Nachladen? Ich dachte schon. Boah, das ist super da, aber. Okay. Und tschüss. Und auch du sag. Tschüss. Okay. Tschüss. Und. Hat nichts. Ach, doch. Hat. Tschüss. Er hat mich gesehen. Der. Ah, schade. Boom. Und. Boom. Hä? Was? Der hat das überlebt? Egal. Ja, komm, lauf, Oliver. Was willst du? Was willst du? Komm, du auch. Ich rutsche. Was? Das war doch drauf. Boom. Boom. Boah. Was ist hier? Juhu. Schnell, rauf, rauf. Was? Was? Nein, nicht war es. Sondern was ist los? Ey. Danke fürs auszuholen. Ey, krasse Tattoos, Mann. Verschwinden wir von hier. Ich muss schauen, dass ich nicht immer zu weit vom Mikrofon weiter wegkomme. Ist jetzt noch ein wenig ungewöhnlich. Alter Sport, gerade. Ich versuch's. Ich frage mich. Oh. Da habe ich sehr viel anderes Töne. Äh, wo ist mein Fadenkreuz? Ach, ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Können hier die... Ja, die Atos können ja explodieren. Stimmt, das habe ich ja selbst schon mal gemerkt. Ähm. Aber. Das geht extremst lange. Also ich meine, ich schiesse hier jetzt die ganze Zeit irgendwie so irgendwo hin bei diesem... Ah, jetzt fängt es an zu brennen. Nicht gut. Hilfe, ich muss mich heilen. Gut. Ähm. Boah. Nein, nein, nein. Komm schon. Boah. Oh, es räuchte. Okay, ja, mehr Skid. Nein. Na. Oh. Boah. Und jetzt wo? Ah, da ist noch einer drauf. Oh, 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 oh. Nicht gut. Ja, wie soll ich... Ich... Boah. Oh, oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Doch, ich habe genügend Medizin. Keine mehr. Wunderbar. Ich habe natürlich... Ah, da waren wir ja schon mal. Ich habe natürlich keine Medizin mehr und ich komme immer zu weit weg vom... Nikon. Okay. Und die haben meinen Vater erpresst. Er wollte denen ein Riesenvermögen zahlen. Alter, die hätten dich aber als Sklave verkauft, wenn er gezahlt hätte. Scheiße. Alter, was für eine Megascheiße, Mann. Ich weiß nicht, ob ich klarkomme. Ich kenne dich, Olli. Du bist stärker als du denkst. Komm mit mir, ich weiß, wo du in Sicherheit bist. Okay. Lass den Kiffer in Ruhe. So. Ich habe Oliver. Hey, Mädels. Schön, dass es dir gut geht. Oh, ich fliege wie ein Froh. Wo sind wir hier bitte gelandet? Oh, das Zeug haut mächtig rein. Will noch jemand ziehen, bevor ich ihn ausmache? Ja, ich. Hey, ich bin in einer Sekunde da. Es ist ja wie im Himmel. Hey, Jason, kannst du mal eine Sekunde kommen? Ich muss dir was zeigen. Ich muss dir auch was zeigen. Komm. Hey. Okay. Ich mache ein Kreuz für Grant. Oh. Danke. Ich hatte bisher keine Zeit. Wir müssen reden. Werden wir. Nur nicht jetzt. Ich muss Riley finden. Wenn dem Jungen irgendwas passiert... Du schießt mir. Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Ich sage ja nicht, dass du sie nicht retten sollst, aber ich... Mach mir Sorgen. Es verändert dich. Lisa, keine Angst. Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Das stimmt, ja. Das ist doch was Gutes. Daran haben wir hart gearbeitet. Und ich habe dir einen Studiojob besorgt. Ich habe Steve... Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen. Das ist mein Weg. Ich muss ihn alleine finden. Okay. Okay. Verstehe, du bist gestresst. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Jetzt geh. Bevor ich dich wieder aufhalte. Okay. Du findest besser die anderen. Ne, also die Höhle verlasse ich noch nicht. Ich will jetzt dieses... Dieser roten Pillen mal ausprobieren. Mal schauen, was passiert. Aber es war nur eine Kuh, die auf eine scheiß Miene getreten ist. Wo war Colby, bitte? Das war das Beste. Er hatte sich verdrückt für eine Nummer. Und die Alte ritt ihn so wild, dass er ohnmächtig wurde. Niemals. Kriegmann, riecht mich echt ins Grünen. Ja, klar. Und du das nächste Gras... Das sind die lustigsten Geschichten, Oliver. Die anderen würdest du nicht glauben. Bin gleich zurück. Hey, holst du noch ein Bier? Bring mir ein Bier. Hey, du Sack, ich bezahle die Runde nicht. Greif. Baby, gib ihm Geld. Gib ihm was. Okay, okay, wer will Geld? Ich hab tonnenweise Geld. Hier, Leute. Will noch einer Geld haben? Puhle! Nee, danke, Schatz. Puhle! Was ist denn los? Okay. Die sind... Also, sind die zusammen? Keine Ahnung. Aber wie es aussieht, haben wir... Also, unser Bruder und ich ziemlich reiche Eltern. Oder er macht nur so? Vergiss Bier! Was trinkt man hier in Bangkok? Den Mai Tai! Vergiss es! Ich nehm Sambuka, Schatz! Fünf, sechs, sieben! Frauenprobleme? Hm, was sagt sie das? Ehrlich, Jason, verdirbst ihr nicht mit ihr? Ich bring kurze! Also, das, genau das, brauche ich jetzt. Dann rein mit den kurzen. Hey, Baby. Moment, Moment. Moment, schluck, 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 schluck. Danke, Baby. Yeah! Oh, shit! Hör auf, meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein. Oh, wo soll er ist, der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Ja, wo soll er sein? Okay. Ja. Aber Riley haben wir noch immer nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Den hat man noch überhaupt nicht gesehen. Okay, sind wir wieder in dieser Höhle zurück. So. Okay. Also. Ja, sie hat jetzt doch immer wieder Grafikfehler. Das stört mich ein wenig. Neue Grafikkarte muss er. Dazu habe ich jetzt kein Geld momentan. Noch. So. Und jetzt müssen wir... Wo sind eigentlich die zwei? Mhm. Oh. Wir könnten noch, glaube ich, noch eine Pille. Ist hier Oliver? Ah, hier ist... Ich weiss nie wie. Keine Ahnung, wie sie heissen. Wo ist Oliver? Bin ich blind? Ah, dorthin. Cool, ja. Das ist noch eine Kiste. Wir werden doch gleich mal plündern. Ein Edelstein. Und 37 Dollar. Gut. Ähm. Noch eine Pille nehmen. Ja, komm. Eine geht noch. Ich mach die gleiche. Ja, hm. Ich hol sie. Okay. Riley. Ist... Ah, Riley ist unser... Kleiner Bruder. Wo steckt er? Ist er vielleicht schon tot? Könnte ich mir vorstellen. Da kommen wir nicht durch. Die sind beschäftigt. Ähm. Hallo. Wo geht's hier? Wo geht's zu den WCs? Darf ich durch? Ne. Schade. Dann will ich euch auch nicht weiter stellen. Ja, ich weiss. Hast du mir schon mal gesagt. Aber... Wo sind die Klos? Hier unten. Geiler Club. Ein paar Amerikaner machen Ärger auf dem... Ja, ja. Ich hab's ja gehört. Ne? Dass es nicht so freundlich ist. Ah, da. DJ Raiden. Doug. Jason. Bleibst du auch für mein Zettel? Du bist sicher. Hey, hast du meinen Bruder gesehen? Der mit der Kappe? Ja. Ja, der ist aufs Klo mit deinem Freund. Er soll aufpassen, Mädchen, wir sind teuer. Scheiße. Danke, Mann. Ich seh dich später. Oh, oh. Was hat Heidi da angestellt? Zahl das Mädchen. Ey, du küsst sie, du bezahlst. Die hat mir an den Arsch gepackt, so wie ich das sehe. Muss sie mich bezahlen? Oder wir machen dich blatt. Ich werd euch einen Scheiß geben. Hey, chill mal. Ich hab doch Geld. Riley, halt mal deine Klappe und besorg mir ein Bier. Du führst dich auf wie eine Tussi. Was? Hey, komm, chill. Wir gehen wieder rein. Hey, keine Schlägerein hast du versprochen. Wie du willst. Verarsch deinen anderen Jungs. Hey. Der Grosse muss zahlen. Fick dich, Arschloch. Jetzt bin ich für was Bitteres. Ja, tu ich. Das ist unser Revier. Nicht deins. Pass bloß auf, fahren. Das werden wir noch sehen. Okay. Ja. Noch eine Pille nehmen wir nicht. Jetzt kommt wieder das übliche Aufwachprozedere. Oh, das mal auf dem Schiff. Okay. So, aber nun verlassen wir endgültig die Höhle. Ja, es blinkt auch nicht mehr. In dem Fall haben wir jetzt alle Geschichten erlebt, die wir bis jetzt nacherleben können. Du findest besser die anderen. Ja, die bastelt immer noch an ihrem Holzkreuz rum. Ich dachte eigentlich irgendwie, also ich komme nicht mehr so ganz drass, wer jetzt mit wem zusammen war, zusammen ist, keine Ahnung. Okay. So, dann mal schauen. Ein wenig an der Kampagne haben wir ja gemacht. Dann heisst das jetzt, ein Turm oder so. Ähm. Befreien. Willis, bist du's? Jason, ich hab seinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baratten. Wie ist sein Name? Buck. Okay. Also sein Name ist Buck und er ist hier für den Buck. Oh. Schlechte Witze gibt es hier massig. Okay, wo ist denn dieser Buck? Da hinten. Okay. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, wir können von hier irgendwo hinfliegen, aber es scheint mir nicht der Fall zu sein. Wenn, dann könnten wir hier was befreien oder hier. Ich glaube, schnell reise hier hin. Das hier befreien. Ja. Okay. Ich habe jetzt ja auch so einen zweiten Bildschirm. Also einfach der alte von meinem vorherigen PC. Und ja, da ist es zwar ziemlich kleiner, aber dort ist es doch praktisch. Da habe ich jetzt, ähm... Ja, da sehe ich die Uhrzeiten da alles und wie viel der CPU, also Prozessor, ausgelastet ist. Und da läuft auch Camtasia. Ah, wer schreibt? Moin. Schreiben wir doch mal. Ähm... Moin. Zurück. Okay. So. Ähm. Wo? Wo? Ich dachte ja, könnte ich hier mit einer Abkürzung nehmen. Scheint aber nicht so. Okay. Ähm. Wo? Okay. Ähm. Wo? Okay. Ich bin hier sonst eigentlich keine anderen Spritzen aus der Medizin. Der Rest ist irgendwie, keine Ahnung, nicht für mich gemacht. Oh. Wer? Wo? Ui. Lieber absteigen. Sprech mit Buck. Ne. Noch nicht. Wo ist der? Oh. Ja. Scheint das. Ui. Hier hat es zwei. Ui. Noch mehr. Machen wir nicht eine Strassensperre oder so? Was geht denn hier ab? Und jetzt? Komm, markier. Okay. Ich komm natürlich immer von der besten Seite her. Gehen wir halt hier rum. Was ist los? Da hat es noch mehr. Mein Gott. Und da noch Vögel. Die. Die uns jetzt hoffentlich nicht angreifen. Ist irgendein Tiger oder so? Ja, lasst mich in Ruhe. Ich lasse euch auch in Ruhe. Ne, die verfolgen mich nicht. Immerhin etwas Gutes. Okay. So. Okay. Jetzt plötzlich. Ui. 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 Nicht gut. Nicht gut. Nicht, dass ich Angst habe, aber die könnten mich doch sehr schnell verraten. Ja, verdammt. Was mich losgibt. Blöder. Okay, du. So. Okay, es wird Tag. Weiß nicht, ob das gut ist. Dann kurz mal von hier schauen. Da ist einer. Können wir leider nicht markieren. Eine Schildkröte. Ui. Da. Gleich zwei. Komm schon. Hallo, markiere ihn. Egal. Da ist noch einer. Da. Jetzt haben wir auch den markiert. Da hinten ist der Alarm. Da haben wir gleich noch jemand markiert. Okay. Das Beste wird sein, hier rum zu gehen. Weil ja, mit Scharfschützen lege ich mich eigentlich grundsätzlich nicht allzu gern an. Weil, wenn die treffen, dann ist das doch immer ziemlich, ähm, hart ein, ziemlich ein harter Treffer. Ja, komm, seid still. Oh. Okay. Halt die Fresse. Okay. Ah, hier können wir hoch. Ich hoffe, es entdeckt uns keiner. So hoch wie möglich. Okay, hier scheint Endstation zu sein. Komisch, dass man sich bei Far Cry nicht hinlegen kann, irgendwie. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wäre noch praktisch eigentlich, wenn man sich hinlegen könnte. Okay. Wunderbar. Da haben wir perfekte Sicht. Es scheint, dass wir hier nicht runterfallen. Okay. Zwei Scharfschützen. Sind gefährlich. Der ist einfach auszuschalten. Der verschwindet. Keiner merkt eigentlich etwas. Der. Ne. Der. Ich glaube nicht, dass sich das riskieren sollte. Ich weiss auch nicht, gar nicht, was da hinter ist. Da ist der Alarm. Ich gehe jetzt zuerst einmal hier hin. Hier irgendwo. Dann mal noch von einer anderen Perspektive schauen. Zum Glück können wir jetzt auch in der Hockey rennen. Also einfach schneller gehen. Und ich gehe schon wieder zu weit weg vom Mikrofon. Okay. Schön, hier kann uns keiner sehen. Okay. Ich glaube, ich habe mir den Treffer geholt. Ah. Okay. Nichts gesagt, was von Puy Lang war. Ähm. Okay. Schnell. Perfekt. Und hier rum. Da rein. Was ist das? C4. Was soll ich mit dem? Ist das jetzt F? Okay. Also der Alarm ist gerade hier, oder? Hier irgendwo. Da. Oh. Sehr schön. Gibt schon mal keine. Ähm. Gibt schon mal kein Alarm. Und jetzt. Ah. Klettern. Und hoch. Nicht gut. Gar nicht gut. Nicht gut eigentlich. Jetzt. Bam. Und tschüss. Magnum sei Dank. Oh oh. Nein. Ja. Ja klar. Stacheldraht hält alles ab. Ey. Blöder Vogel. Nein. Nein. Ey. Ja. Komm schon. Stirb. Oh oh. Schnell. Nicht dass da. Wow. Guten Tag. Nicht dass das schon wieder in ein Desaster endet. Das wollen wir ja nicht. Bam. Das war's. Sehr schön. Kann nicht mal schlecht. Das war jetzt ein Mittelweg zwischen heimlich und ein wenig. Quick Action. Keine Alarme ist gelöst. Ach das. Ja. Nein. Hat für Schnellreise verfügbar. Gut. Ah. Dann wollen wir doch gleich das hier erledigen. Oh oh. Nein. Es hat sich aufgehängt. Nein. Doch nicht. Oh. Glück gehabt. Also ein Pirat. Blablabla. Ja. Das kennen wir. Wollen wir auch machen. Wo ist er? Gleich da unten. Okay. Ne. Alter benötigen wir für diese kurze Strecke jetzt nicht. Vielleicht finden wir unterwegs irgendein grünes Kraut oder so. Ne. Sieht bis jetzt auf der Karte nichts weiss. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh schön. Sehr schön. Da ist er. Da ist er. Da. 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 Hahaha. Der wird sehr gut bewacht. Aber nur von Scharfschützen. Und ein Schwergewicht. Okay. Auslöschen. Auslöschen. Dann sucht mich niemand mehr. Also. Zuerst jetzt ein. Es wird jetzt lustig. Ganz kurz zu speichern. Ah nein. Bin ja in einer Mission. Blablabla. Schön. Schön. Sehr schön. Diese Distanzen. Kopfschuss. Bin sonst nicht so der Pro. Aber das habe ich jetzt geschafft. Also. Ich gehe jetzt. Hier rum. Da. Rauf. Dann hier runter. Und soviel ich weiss. Können wir auch ein Takedown von oben machen. Oder? Ganz kurz schauen. Fähigkeiten. Ja. Tod von oben. Ja. Sehr schön. Ah. Wir können ja. Länger unter Wasser bleiben. Okay. Ah. Wir haben. Ja. Einen Punkt haben wir ja wieder. Da. Beledigen wir noch nicht. Auch nicht. Okay. Das. Das. Scheint mir noch. Interessant. Drücke. Es. Benutze. Sehr schön. Also einfach. Erledigen. Zurückziehen. Mit der Masse können wir uns umsehen. Ja. Ich habe ein paar mehr Tattoos. Ein paar Tattoos mehr. Als hätte ich natürlich lieber den Sturzschaden verringert. Das geht schon. Okay. Nehmen wir diese Waffe. Doch immerhin noch einen Schalldämpfer. Ich hoffe, das sieht uns niemand. Ne. Dann können wir jetzt wunderbar schwimmen gehen. Okay. Ja. Das reicht. Dann hier rauf. Hopp. Okay. Nein. Ich nehme mir jetzt lieber diese hier. Oder ne. Vielleicht merken sie es nicht. Dann kann ich nach den ein oder anderen. Ehrlich? Oh, oh, oh. Ja. Ja, ja. Bei dem schon. Verdammt. Schnell. Weg, 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 weg. Das ist so ein... Haha. Jetzt kurz nachladen, weil... Aber für den benötigt man eher ein MG oder so. Oder zwei Schüsse mit der... Naja. Also hier drin hat es ein... Brief. Sehr schön. Kiste plündern. Kiste plündern. Und jetzt. Drei von 20. Ah ja. Können wir doch gleich ein wenig pflücken gehen. Zwei sollten reichen. Dann haben wir wieder insgesamt vier. Können wir wieder vier Medizin daraus herstellen. Und jetzt. Wo sind wir? Da gibt es eine Quest. Da gibt es eine Quest. Wo wir gerade dabei sind. Wo wir gerade dabei sind. Ein schönes neues Jahr an alle. Ähm. Ja. Hoffe ihr habt es gut gestartet. Hoffe ihr habt schöne Weihnachtsgeschenke bekommen. Und alles. Ja. So. Wir wollen aber jetzt hier drüben weitermachen. Was soll dieser Affe? Hörg. Jason? Das ist Jason, ja? Hallo? Wer ist da? Mann, ich glaube ich habe hier den falschen. Ich suche nach Jason. Ist der irgendwie... Da? Ist Jason in der Nähe? Wer ist da? Hörg, Mann. Jason kennt mich noch nicht, aber ich brauche etwas Hilfe, wenn er interessiert ist. Ich sende meine Position. Sag ihm Bescheid, okay? Okay. Ah, das war es schon. Hä? Und jetzt ist dieser Affe verschwunden. Komisch. Oh, fein. Geht es dir gut? Schaut mich an und kotzt sie gleich. Da war doch jetzt ein Affe. Bist du ein Affe? Ne. Das ist Turk. Bist du Bug? Ich habe nicht Geburtstag. Dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund, Keith. Hey, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von heute gekauft. Ah, den. Er sagt, er heißt... Ein Brüller. Also gut. Dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu. Ich will nur Keith. Jason, Jason, Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute. Kapitalisten. Ich habe etwas, das du wirst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Beschaff mir den. Und du und ich sind Klitt. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir was Verlorenes. Den Dolch habe ich schon mal gesehen. Dolch? Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin, als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber war es, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Den Dolch. Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position. Du willst Gieß zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich. Okay. Sprich, Mittert ist abgeschlossen. Jetzt müssen wir raus. Ich filtriere die Nostalgia. 791 Meter entfernt. Sehr schön. Ah, da müssen wir ein Boot infiltrieren. Sehr schön. Ganz toll. Kein Auto. Weit und breit. Ne. Natürlich nicht. Wäre jetzt schön gewesen. Welche Strasse ist besser? Nehmen wir die. Das ist gut. Oh ja, gibt es Tiger und Jaguars so wie er mir scheint. Sagt die Karte. So, in dieser Richtung liegt das. Nachladen. Ne, komm. Wir müssen nicht heimlich machen. Lieber ab und zu und durch. So. Ja. Was denn das? Keine Ahnung. Ja, ich muss sagen, ich liebe diese Pistole. Ist doch richtig krass. Oh, ein Punker. Da muss ich jetzt natürlich rein. Ich denke, da ist doch... Ist da wer? Nur Rappen. Hier muss irgendwo ein Brief sein. Ja. Cool hier. Wow. Und da ist die Nostalgia, würde ich sagen. Ja, ja. Schönes Boot. Oh. Schön. Damit können wir jetzt getrost unsere Runden kreisen darüber und sie ein wenig ausspionieren. Okay. Ich denke nicht, dass hier unten irgendwo ein Boot sein wird, oder? Darum fahren. Fliegen wir. Nicht fahren. Fliegen wir mal nur kurz Runde. Irgendwo ein Boot zu sehen. Ne. Gut. Schade. Aber das ist mir auch recht so. Ich bin noch gar nicht so weit runter. Wow. 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 Okay. Wie soll ich dort hinkommen? Hier geht... Wow. Verdammt. Okay. Ich müsste mir halt schwimmen. Schade. Das wäre doch jetzt was gewesen, so mit dem Engelgleiter. Aber ja. ist nicht zu sehen. Ich hoffe, es kommt kein Hai oder so. Noch kurz auftauchen, bevor wir dann vermutlich abtauchen müssen. Okay. Nein. Wow. So. Also. Okay. Ja, die ist wirklich... Die hat den Namen Nostalgia verdient. Okay. So schnell wie möglich alle markieren. Ich schalte lieber auf diese Waffe um. Wow. Nein, nein, nein. Okay. Ich denke immer, ich sollte hier oben rauf. aber jetzt von hinten kommt keiner. Take down. Nicht gut. Nicht gut. Schade. Ich wollte ihn gleich mal wegziehen. Hat aber nicht funktioniert. Kann schon markieren. Nach dem markieren. Solange man diese Leiche jetzt nicht entdeckt, ist alles gut. Okay. Es hat jetzt eigentlich nicht viel gebracht. Mir leid. Okay. Es hat gar nichts gebracht eigentlich. da ist doch einer. Doch nicht. Da sind noch... Hä? Ja, komm, dann mach ich's halt so. Zufrieden. Okay. Finde den Eingang. Nein. Ja, mach du. Ich bring dich gleich um. Nein, kommt nicht beide. Scheiße. Kenn ich den? Schießt mich nicht mal. Sehr schön. Diesmal hat es funktioniert. Komm. Oh, oh. Wie soll ich hier weiterkommen? Komm schon. Komm nachschauen. Ja, komm. Gehen wir halt weiter. Versuchen wir's mal in diese Richtung. Okay. Gleich drei. Achso. Sehr schön. Interessant so ein Stein, ne? Okay, da bin ich jetzt doch schon mal ein wenig sicher. hoff' ich. Der Eingang wird hier vorne sein. Oder da? Bitte. Ne. Nicht gut. Okay. Okay, das interessiert ihn nicht. Wenn ich jetzt so... Komm schon. Geh runter. Oh, verdammt. Oh, scheiße. Sie kommen ja auch von hinten. Nein. Komm, springt alle ins Wasser. Wow. Wo ist dieser Hai? Komm schon. Wieso kann ich unter Wasser nicht attackieren? Egal. Schnell. Reiß dich zusammen. Du suchst nur. Schnell. Heilen. Komm schon. Hallo. Komm raus. Wo immer du aussteckst. Geh lieber ins Wasser und heile mich dort. Ich geh mein Nachsehen. Ja, komm runter. Und... Schnell, schnell, schnell. Oh. Ja, super. Treffniskunst. Sag ich. Wow. Oh, scheiße. Willst du noch bereuen? Hey, der fuck. Ich will nicht schau. Hey, komm nicht weg. Tschüss. Hallo. Ach, du Scheiße. Dafür verschwende ich keine Munition. Oh, zum Lenker. Ja, komm. Gehen wir hier hoch. Blintern kurz diese Kiste. Haben wir ja nichts anderes zu tun. Und... Tschüss. Nee. Jetzt nicht mehr. Boah. Nicht schlecht. Aber 200 XP für... für einen Kopfschuss bei diesem Riesen. Schön. Finde den Eingang. Ja, komm. Frarsch mich doch. Ja, wo ist denn der Eingang? Muss ich irgendwie... nicht wirklich, oder? Ist jetzt nicht hier hoch? Nee. Ja. Wunderbar. Es wird mir sogar auf der Karte markiert, aber ich sehe das nicht. Egal. Wie sollen wir hier vorgehen? Oh. Die haben Alarmanlagen. Das wäre jetzt geil. Das ist kein Alarm. Schade. Schade. Oh. Fuck. Wart hinten ist da... ...dieser Alarm. Mann, mir läuft die Suppe nur so rund. Komm schon. Ganz kurz. Dich hat das interessiert, oder? Und wieder zurückziehen. Und tschüss. wartet ja fast zu Assassin's Creed Dice. Das wird ja fast zu Assassin's Creed Dice. Zwei. Ich finde dich und wenn es das letzte ist. Ja. Das wird auch dein letzter... Bäh. Ich knall euch ab wie ihr, mein Freund. Das wird auch das letzte sein, was du tust. Ich weiss nicht. Ich weiss jetzt nur, dass ich... ...diesen Alarm... ...deaktivieren werde. Und nun zu brachialer Gewalt greifen werde. Also, es lässt sich irgendwie einfach vermeiden. Aha. Das war aber alles, was du sagen konntest, ne? Eigentlich kann ich noch mal laufen. Wir machen jetzt hier nicht ein auf Hitman. Wir sind mal auf Killman. Ey. Ja, Sophie. Bekarsch mich doch. Echt geile Waffe. Ah, du. Hab ich zuerst gar nicht gesehen. Wow. Was ist hier alles? Gibt? Nein. Schnell. Schnell. Nicht nachladen. So, jetzt. Jetzt. Meine Güte. Was? Alter. Was hat der gemacht? Oh. Wir haben keine Medizin mehr. Okay, wir müssen wieder grüne Blätter sammeln gehen. Was hat der jetzt gemacht? Eine Kugel rausoperieren, tut es so. Bestimmt finde ich das Versteck des Dolches auf dem Computer. Ja. Mit diesem steinalten Ding. Das gab es ja vor den Meiers. Schneller, du scheiss Ding. Ja. Hacking Alert. Oh oh. Ui. Fuck. Ja komm, geh ins Wasser schnell. Du musst so oder so ins Wasser. Also geh. Jetzt. Ich kann nicht steuern. So. Schnell war schon ein L-Shift. Ich weiß. Oh. Stimmt. Fuck. Nein. 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 Ich bin verwirrt. Nein. So. Nein. Hier geht es auch nicht weiter. Da. Ja. Wow. Okay. Weiter. Hier nicht. Wow. Dann hier runter. Komm schon. Wow. C. Schnell C. Ah. Da ist C. E. R. Ist noch schwer so. Weil ich sehe momentan meine Tastatur gar nicht so gut. Wegen dem Mikrofon. Nehmen sie doch gleich mit. Ja und jetzt. Darum. Okay. Schnell. Nein. So. 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 Schön. Ja klar. In diesem Augenblick explodiert es. Wunderbar. Aber wer nimmt schon eine ganze Stunde auf. Okay. Ich weiss gar nicht wie viel. Oh. Wie viel meine Festplatte noch ertragen kann. Sollte ich vielleicht auch noch auf die rechte. Auf dem rechten Bildschirm machen. Dann kann ich es sehen. Mach jetzt aber noch. Gleich eine halbe Stunde oder so. Schöne Hand auf dem so ein Gesicht geweckt wird. Aber steh endlich auf. Na los. Na bitte. Hast du meinen Schatz schon? Er war nicht auf dem Boot. Oh. Jason. Keith wird uns aber gar nicht freuen. Es ging ihm nicht gut als ich ihn zuletzt sah. Warum sagst du mir das? Ich weiss nicht. Konversation mein lieber Unterhaltung. War da nicht auch ein Kompass? Exzellent. Sehr gut. Die Daten sagen, folge dem Kompass. Oh. Danke für die Hilfe. Jederzeit. Nun. Den Rest kriegst du sicher allein hin. Keith braucht mich. Okay? Adios. Erfolg. Erfolg. Ein Stück Vergangenheit. Gut. Was jetzt? Was sagt uns die Karte? Schon wieder ein Affe. Monkey sim, monkey boom. Okay. Mach als erstes den. Dann das. Und dann irgendetwas anderes. Oder vielleicht ist danach schon eine ganze halbe Stunde um. Und dann haben wir gar keine Zeit mehr. Ui. Okay. Ich gehe hier oben rum. Ich weiss gar nicht, wie er raufkommen soll. Endlich viel Boost. Schön. Schön, was man alles so für Spritzen erhält, wenn man sie nicht benötigt. Wow. Das waren gerade ein paar Banditen. Ich lege mich eigentlich nicht so gerne mit diesen an. Ja. Es geht nie gut. Die bekommen immer, immer mehr Verstärkung. Ich versuche es jetzt mit diesem Auto einfach so weit. Ich komme hier querfeldein. Geht ja ganz gut. So. Nein, nein. Baum. Weg. So. Ein Bucky wäre mir, oder ein Quad wäre mir hier lieber als dieses Auto. Nein, nein. Komm. Komm. Schaffst du. Dann gehe ich eben raus. Ich komme zum Glück hier hoch. Ich komme mich hier drüben. Boom. Spring. Schade. Okay. Geh wieder zum Auto. Mit dem sind wir doch schneller. Müssen wir nur rückwärts kommen. Mach jetzt. Das ist schon… Scheiße. Scheiße, scheiße. Aui. Oho. Komm. Ah ja, nun sind wir auch wieder unten Müssen aber irgendwie hier hoch Da sieht es aber ganz gut aus Schade Keinen davon erwischt Egal, mit dem weiter sind wir schneller Die merken das Wow Und tschüss Den zweiten habe ich nicht mehr bekommen Egal, ich gebe weiter Gas Ui, der verfolgt mich Hallo Erst steigen, umkehren Und peng, peng, peng Treffen ist Kunst Ich brauche mal wieder Munition Geil, jetzt geht es mal auf diesen Turm Muss ich sagen, diese Pistole ist zu meiner Fast zu meiner Lieblingswaffe geworden Nur noch die Sniper ist mir lieber Jetzt Ist da noch einer? Nein Wir benötigen aber bald wieder Munition für diese Waffe hier Den habe ich kaum gesehen, aber trotzdem getroffen Das ist ein Ich dachte schon, das wäre ein Tiger Hier hoch Andere Seite Hier hoch Genau Und jetzt Da hoch Ja Komm schon So Und nun Etikett Ist ja schön Ähm Machen wir eine Munition Hä? Ah, da So Okay Da drüben Ja doch, diese Türme werden Komplizierter Als sie noch zu Beginn waren Meine Nasenspitze macht ein wenig weh Ich bin die ganze Zeit mit meiner Nasenspitze Ähm Pop-Schutz Damit ich Ähm Mich nicht zu weit vom Mikrofon entferne Aber ja, das ist Etwas ungewöhnlich Und vor allem Rochdiesel Zu Beginn extrem Grauenhaft So richtig Plastik Jetzt habe ich ein wenig Parfum Darauf getan Das ist einigermassen annehmbar Auch immer nicht allzu gut Weil Äh Dieser Parfum Duft ist doch sehr Intensiv Aber besser als Plastik Okay Ähm Hm Wir könnten Das hier machen Wir machen aber Das hier Oder Ja Ja Zuerst machen wir Ah, jetzt hätten wir diese F1-Karte Ist im Shop Egal Jetzt machen wir Wir machen zuerst Verdammt Tschüss Tschüss Ich sehe ihn kaum Bist du Jetzt bist du Geschichte Nee Warum kommen hier die ganze Zeit Egal Jetzt geht es hier runter Er ist ja gut und recht Er ist ja gut und recht Wow Was war denn das Ich bin nirgends Ich bin nirgends Egal Machen wir das hier Mit dem Mit dem kommen wir ganz schnell Yes Einfach Strasse folgen Okay Ja super Jetzt kommt die auch nach Frontal Auf uns zu Oh Okay Darüber Ach So Okay Nee Wir haben den Schwung verloren Schade Nein, nein Das denke ich Schaffen wir nicht mehr Oh Ja Wo führst du mich denn durch Nein Komm schon Schnell Glück ja Oh Geht es dir noch gut Einigermaßen Und jetzt Für mich Heißt das Abhauen Warum laufe ich zu Fuß Da vorn Das war Rainer der gesoffen hat Keine Angst Wow Okay Ist das Camp Ist schon Camp Da ist das jemand Nein Okay Ah Jetzt bin ich an das Mikrofon gekommen Da ist doch gleich der Alarm Sehr schön Die haben einen Tiger Wow Wow Wo ist der Tiger? Ab, Bär! Dann lass uns doch das Schauspiel geniessen. Wie viele schafft er, Bär? Betten werden jetzt noch entgegengenommen. Wenn der alle schafft, dann muss ich ja... Hallo! Wow! Mach doch, der ist ausgeschalten. Tja. Niemand kann es mit mir aufnehmen. Ne. Okay. Schon wieder 550 XP. Also die XP regnen hier ja rein wie nichts. Tier häuten. Und Bäringfels nimmt man immer gerne. Auch wenn es nicht so schön ist. Okay. Alle in der Hölle schmoren. Haltet Ausschau nach einem Gegenangriff. Der Aussenbruch ist unser. Ja, macht ihr das. Das mache ich jetzt. Tötet den Piraten, bla bla bla. Das kennen wir. Ah, alten Punko mal nicht am Strand. Okay. Ja, habe ich gemacht. Nehmt gerade angenommen. Stellt ihr vor. Neue Schiessherausforderungen in dieser Region freigeschaltet. Neue Gesuchte, Totaufgabe in dieser Region freigeschaltet. Okay. Sehr schön. Zuerst machen wir mal die Totaufgabe. Ja, das wollte ich jetzt nicht direkt. Eigentlich wollte ich auf die Karte gehen. Und das war eigentlich gut. Ähm, Boot. Genau. Das wollte ich. Weil, ja. Immer mal schöne Abwechslung reinbringen. Okay. Dort vorn ist dieser Bunker. Wie weißt, von hier hat man überhaupt nirgends irgendwie ein guter Aussichtspunkt oder so. Ja, ich denke, das hier wird der Beste sein. Wenn ich von dieser Seite hier hochkomme. Vielleicht will ich da gleich das Boot hier an den Strand fahren. So. Ich muss nur aufpassen, dass wir nicht wieder jemanden direkt in die Arme. Da drüben ist einer. Da ist er. Oh, gleich mit einem Raketenwerfer. Und das ist ein Scharfschütze. Mit Raketenwerfer. Ah. Scharfschütze. Schräg, schräg. APG. Zuerst lesen. Da ist auch noch jemand. Ich glaube, das schwerste wird hier. Den. Dingsais zu machen. Den Anführer. Hm. Okay. Ah, ein Brief. Jetzt ist der Brief aber nicht mehr verloren. Da hat... Da ist er. Okay. Und... Den muss ich mit dem Messer rausschalten. Halleluja. Der ist jetzt ja mitten in seinen Gefolgsleuten. Okay. Gehen wir das an. Zuerst mal Kiste drücken. Das ist immer gut. Also. Also. Da sitzt jemand mit dem... Mit einer RPG. Da ist noch... Da sind noch... Oh. Da... Wui. Dafür bekommen wir nur 300 Dollar. Hey. Oh. Das ist gemein. Wenn ich... Würde ich hier durchkommen. Wie soll man dann an diese rankommen? Ich bin doch so schlau. Super. 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 Oh. Ja. Wunderbar. Okay. Wir nehmen doch schon eine Stunde 20 Minuten auf. Ich mache hier, glaube ich, Cut. Und ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wieder natürlich mit neuem Mikrofon. Bessere Soundqualität natürlich. Und ja. Bis dann. Ich mache hier. Untertitelung des ZDF, 2020